Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play After Fall Insanity. Ich bin immer noch der Inferno und letztes Mal sind wir stehen geblieben in dem Untergrund des Todes. Und mal gucken wie es heute weiter geht. So, dann fangen wir gleich wieder an, hätte ich gesagt. Genau, hier waren wir ja das letzte Mal, wo wir vorhin diesen, oder das letzte Mal diesen heftigen Kampf hatten. Schauen wir mal, ich habe natürlich wieder meine Soda-Automaten. So, okay. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Die Brechstange, ne, die brauchen wir nicht. Wir haben ja diesen coolen Schlagstock hier. So, schauen wir mal weiter. Vielleicht geht es hier durch. Da steht auch abgeschlossen, okay. Ah, hier können wir runter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da runter und dann kommen wahrscheinlich gleich wieder die nächsten Mistvieh hier. Aber auch die werden wir ja richtig schön klatschen. So. Gucken wir uns hier erstmal um. Kann man hier was machen? Ne, nicht wirklich. Wow! Ey, du blöder Penner! Hör auf mich so zu erschrecken! Ah, du Arschloch! So. Ah, gerade habe ich es noch gesagt, da kommen sie bestimmt und prompt hupft einer um die Ecke. Ah ja, wieder die coole Feuerwehr-Axt. Oh yeah. Das ist doch mal like a boss mäßig. Kommen wir hier weiter? Ne, auch nicht. Hm. Okay, jetzt sind wir irgendwie... Was zum Teufel passiert da hinten? Au! Wo bist du, du... Assi! Hau ab! Ah! Arschloch! Nein! Ah! Jawoll! Nein! Scheiße, der lebt noch! Der lebt noch! Scheiße! Ah! Bam! Oh shit, habt ihr das gesehen, Leute? Ich glaube, wir haben den seinen Schädel zerspalten. Ja, sieht auch so aus. Gut, gehen wir weiter. Und irgendwie habe ich, glaube ich, keine Energie mehr. Äh, ich weiß gar nicht. Kann ich irgendwie meine Energie aufladen? Ich weiß es gerade gar nicht. Media, Sprachaufzeichnung, Gegner, Profile, Zustand. Aha. Okay, also anscheinend kann man nicht irgendwie sich heilen oder so. Vielleicht heile ich von selbst. Jetzt gucken wir erstmal hier rein, weil da war ja vorhin was Interessantes anscheinend. Aber hier gibt es rein gar nichts. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich würde mich bloß interessieren, ob man hier solche Anzüge verschiedener bekommt, wie in Dead Space oder so. Das wäre natürlich auch nochmal eine coole Sache. Aber vielleicht kommt da ja noch mehr. Wir werden es sehen. Jetzt werden wir erstmal wieder gescannt. Ja, und sie scannen uns nochmal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann scannen sie noch heute. Also so. Oh, wir sind fertig. Ähm, da vorne habe ich doch einen Zappeln gesehen. Ja klar, komm her. Ach, scheiße, daneben. Nein. Oh, da kommen zwei. Fuck. Los, komm her. Wow. Dann haben wir ganz schön den Kopf abgeschlagen, hä? Das war doch ein One-Hit, oder? Yes. Yes, yes, yes. Okay. Ich glaube, das war's. Jetzt müssen wir irgendwie das Feuer hier auskriegen. Ähm. Was ist denn hier? Ach ja, nur ein Rohr. Nee, wir bleiben bei uns akunen Feuerwehr-Axt. So, und irgendwie müssen wir das jetzt ausmachen. Vielleicht findet man hier eine Wache oder ähnliches. Wo geht es denn hier lang? Wow. Irgendwas habe ich gerade gehört. Okay, gucken wir mal. Vielleicht können wir hier irgendwie aufmachen. Benutzen. Ich gehe schon mal auf Abwehrhaltung. Man weiß ja nie, wer da um die Ecke lurt. So. Okay, anscheinend niemand. Was soll man hier? Oh, Hammer. Alter. Okay, das finde ich geil. Naja, das ist nicht so cool wie die... wie der Elektrohammer, die Feuerwehr-Axt. Außerdem haben wir die schon oft gesehen. Und ich bin jetzt echt auf den Elektrohammer gespannt. Und hier hängt's. Toll. Super. Was liegt denn hier noch rum? Ach, ein Hammer. Hier auch nicht. Aber wir müssen jetzt irgendwie das Feuer auskriegen. Gibt's hier irgendwie ein Ventil? Ich weiß es gerade echt nicht, Leute. So. Vielleicht kann ich nichts machen, wenn ich schwung. Ja, okay. Vielleicht irgendwie muss es hier ja... ähm... weitergehen, sag ich mal. Ach, okay. Hier kann man wieder runter. Vielleicht müssen wir auch nach unten. Mal gucken. Boah, ich sehe nichts. Wartet mal kurz. Ähm, ich muss hier mal die... Einstellung ein bisschen verändern. Dass wir ein bisschen höheres Gamma haben. Weil ich sehe wirklich rein gar nichts. So. Ich glaube, die Qualität leidet jetzt nicht allzu sehr darunter. Und ich sehe wirklich nichts. Ich hoffe, du bist nicht auf der Nacht. Okay, das ist jetzt allgemein lauter geworden. Kann das sein? Ich habe aber nichts verändert von den Einstellungen. Entschuldigt, bitte. Hm. Ah, so was passiert. Okay, da vorne ist das Wind zu groß aus. Dann drehen wir das mal gleich zu. Komm, schau mal. Mit Schmack her ist. So gut können wir ja auch. Ja, das haben wir gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Genau, jetzt sehe ich auch Frems. Das ist sehr praktisch. Und meine Nase um. Viel besser. Ey. Ach, du hast mich gebolzt. Stirb. Stirb, ihr beiden. Ja, also irgendwie war die Feuerwerkstelle doch besser. Kann das sein oder töte ich mir das bloß ein? Ja, also irgendwie ist die Waffe jetzt nicht ganz so voll. Wäre ich da von hinten auch noch geboxt, oder was? Ey. Leck mich am Arsch, Alter. Ihr Schweine. Ah, stirb. Endlich. So. Jetzt reicht's mir aber. Gott, du Bastard. Das musst du auch noch so glauben, ey. Alter. So. Stirb. Jawohl. Okay, sehr gut. Aber ich glaube, wir switchen wieder auf die Feuerwerkstelle. Weil die doch irgendwie mehr Schaden rausgehauen hat. Bam. Genau das meinte ich. Da kann man die schon mit einem One-Hit killen. Okay. Jetzt sind die Flammen auch aus. Und dann schauen wir mal nach. Irgendwie höre ich die immer noch. Na, komm schon. Los, wir müssen da durch. Okay. Super. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter. Was kann ich hier machen? Ah, treten. Aber gucken wir uns vorher nochmal um. Vielleicht ist da ja was Cooles versteckt. Aber es geht zum Beispiel nicht. Okay. Und hier? Tür. Hm. Ah, war ja klar. Na, komm her. Bam. Okay. Das war effizient, ne? Also, ich bin wirklich ein großer Fan von dieser Feuerwerkstelle. What? Ey. Was sollte das denn jetzt? Scheiße. Ähm. Na toll. Ah. Ah. Mit dein scheiß Sicheln. Stopp. Jawohl. Also, geht doch. So. Okay. Geh mal weiter. Was ist das hier? Ein Engländer. Nee. Nee. Nee, aber die stumpfen Waffen hier sind ja nicht so toll. Aber für's, dass wir's in PDA haben, hau ich's mal mit rein. Okay. Und wir nehmen wieder die Feuerwerkst. So, was haben wir hier Schönes? Benutzen. Ah, okay. Also, hier kann ich den Strom irgendwie wieder einschalten. Was ist das hier? Ach, das sind ja diese Audio-Loks, genau. Gut, ich kann keine. Okay, und jetzt kann ich wahrscheinlich die Pumpen einschalten. Oder? Oder brauchen wir das Strom? What? Ey. Sind da jetzt schon wieder welche? Das gibt's doch nicht. Hm. Vielleicht hab ich's mir auch bloß eingebildet. Ah, nein, natürlich hab ich's mir nicht eingebildet. Ähm. A drücken. Ja, dann. Y drücken. Die drücken. Die drücken. Ja. Ach ja, dieses Quick-Time-Event war sehr, sehr anspruchsvoll. Und jetzt... Au! Jetzt rechts mehr. Au! Wat zur Hölle? Meine Fresse. Das hat gesessen. So. Aber wo ist unsere Feuerwehr-Axt hin? Ein bisschen nur Sicheln. Na ja gut, probieren wir's einfach mal in der Sichel. Vielleicht kommen wir da auch ganz gut klar. Auf jeden Fall, die Pumpen laufen wieder. Jetzt müssen wir bloß irgendwie noch einen Ausgang finden. Ah, hier kann ich eintreten. Okay. Vielleicht komm ich hier wieder... Ach, eine Feuerwehr-Axt. Sehr gut. Praktisch, praktisch. Dass die Dinger hier wie Sandarmeer rumliegen. So, jetzt laufen die Pumpen wieder. Jetzt kann ich an dem Rad vielleicht was machen. Nee. Okay. Aber wir sollten wieder Strom haben, wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ach. Ah. Okay. Und jetzt müssten wir hier auch durchkommen. Perfekt. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was ist jetzt hier? Ach, das ist ein Aufzug. Da kommen wir wahrscheinlich wieder hoch. Jetzt schauen wir einfach mal. Wo es uns hinführt. Also ich muss schon sagen, sehr atmosphärisches Spiel. Und ich finde es total klasse. Na toll. Na ja, komm. Na. Jawohl. Scheiße, der hat uns abgeblockt. Yes. Okay. Sehr geil. Und wo kommen wir hier rein? Ah, da geht es wahrscheinlich weiter und wir werden wieder durchgescannt. Und hier kommen wir nicht durch. Okay. Hm. Was ist das hier? Ach, ein Rohr. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Rohre. Wir haben eine Feuerwehr-Axe und die ist viel besser als diese blöden Rohre. Ja, und natürlich werden wir wieder gescannt. Und jetzt darauf warten wir. Ich bin immer noch Albert Torkai. Ja, habt ihr ihn gehört. Er ist aber noch Albert Torkai. So. Damit hätten wir, glaube ich, auch dieses Kapitel abgeschlossen. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play After Fall Insanity. Bis dahin, sauber bleiben und haut Ryan!